Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Fuck Cry. Wir sind immer noch hier unterwegs mit Val. Nein. Aha. Er hat sich einfach überlebt. Oh ne. Alter. Ohne Witz. Wie oft ich hab, aber... Schnauze. Weißt du, für sie mag das egal sein, weil sie ist einfach unsterblich, ja? Aber ich nicht. Ich bin leider nicht unsterblich, ne? So, alles klar. Wir müssen jetzt hier raus, vermute ich zumindest. Aus dieser Einrichtung. Na dann. Ah! Seien Sie vorsichtig, Jack. Du siehst ja gar nicht nur so orange. Ist ja aber trotzdem toll, wenn du mir hilfst. Mal so am Rande. Erwähnt. Okay, hier geht's nicht rein. Gut, wir müssen da, ne? Alles klar. Achso, wieder mit dem Fahrstuhl hoch. Na klar. Oder noch nicht. So. Ich warte doch auf sie. Sie ist doch da. Was ist los? Geht doch. Meine Güte, ey. Okay. Na dann. Bin ich immer auf das Badabun gespannt. Was uns hier bald erwarten wird. Wahrscheinlich bevor 20 Minuten abgelaufen sind. Ich möchte es fast vermuten. Ich denke mal sobald... Ich bin gespannt, wie es sonst nicht mannt. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Er sagt, einfache Menschen wie Sie sind schon bald überflüssig. Ich habe tausende Jahre der Evolution in ein Reagenzglas gefüllt. Der Stärkste überlebt. Viel Glück! Danke. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Naja, gib immer die Waffe. Von wo, von wo, von wo zur Hölle? Oh, scheiße. Komm, verrecke einfach, verrecke, verrecke, verrecke. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Noch so ein Ding überlebe ich definitiv nicht, ne? Was war das denn mit dieser Aktion? Ach, der lebt noch, na klar. Okay. Wo ist er denn, der Arsch? So, der ist down. Das ist toll, dass ich diese Cry-Vision immer noch hab. Willst du mich eigentlich total verarschen? Da ist ein kleiner Pissars. Kannst du da nicht drüber noch? Nö, da müssen wir runterfallen. Oh ja, der Kette, also. Ich fahr jetzt einfach, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich weich jetzt einfach raus hier. Aua, aua. Ja, so läuft der Hase. Nämlich so weicht man aus. Damit ihr es mal wisst. Und ich falle in die Lava, natürlich falle ich in die Lava. Warum soll man auch auf diesem verschlissenen Baumstamm laufen, wenn man denn in die Lava fallen kann? Hä? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist, dass ich hier aussteigen soll und über den Baumstamm laufen muss. Das ist total bescheuert. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das also, wäre dumm. Allerdings, der ist, der Wagen ist nicht mal in der Lava und trotzdem wird er vernichtet. Das ist total dämlich. Mein Bistan habe ich natürlich ein gutes Ding, ne? Weil da kann ich ja ordentlich Bumm-Bumm machen und so. Ah, verreckt doch mal, so. So, irgendwo war noch einer. Ich weiß aber jetzt nicht, wo. So, vielleicht kann ich auch hier irgendwie langfahren. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich gehe da hinten zum... Oh. Au. Schatz. Oh Mann, lass mich doch alle einfach in Ruhe. Boah, jetzt stecke ich hier voll fest. Ja, genau. Ah. Ah. So, der ist tot. Irgendeiner steht auch hier direkt vorne, kann das sein. Das ist voll dumm, dass sie davon halt kaum was aushalten, aber von den anderen Sachen so viel. Das macht keinen Sinn. Selbst so viele Raketenschüsse halten die aus, weißt du? Total bescheuert, ey. Richtig dämlich. Ey, ich komme hier doch nie und nimmer lebend durch. Das war Knicken, ey. Ich meine, ich versuche jetzt mal was. Irgendwie muss ich hier da durchkommen, ohne großartig rumballern zu müssen. Das wird sowieso nix. So, die Frage ist, wo lang jetzt einfach hier lang fahren. Scheiß drauf. Einfach irgendwo durchfahren. Hoffen, dass hier ein Weg ist. Und hier ist Lava. Okay, das war falsch. Erstmal war der Weg nicht verkehrt, aber dann kam Lava. Das war blöd. Ich muss jetzt erstmal mir einen Weg suchen, ne? Klar. Soweit ich den habe, werden wir weiterkommen. Ich bin mir da fast zu 1% sicher, dass es genau so sein wird. So, ich kann natürlich auch mal versuchen, hier weiter zu fahren. Komme ich da zum Weg oder nicht? Ne, ich glaube eher nicht. Okay. Scheiße, Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ich kann aber hier mal kurz gucken. Hier ist halt auch überall noch Lava, ne? Ich komme ja auch nirgendwo... Ah, okay. Hier würde ich weiterkommen. So, okay. Dann, okay, da hoch und dann irgendwie gucken, da weiterkommen. Okay, ich versuch's. Einzige Chance, die ich sehe, einfach durchbrausen. Weil stehen bleiben, schießen, macht absolut überhaupt keinen Sinn. Einfach versuchen, da lebend durchzukommen. So, hier oben rauf. So, oder? Fuck, 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 fuck. Scheiße, der Wagen ist im Arsch, glaube ich. Ich bin auch im Arsch. Juhu. Okay, das war so nicht ganz geplant. Ich wollte eigentlich ein bisschen besser fahren, aber... Ja gut, man sieht auch irgendwie nix mehr, ne? Also, ich bin ein bisschen schwer, sich hier zu orientieren. Also, finde ich zumindest. So, ich weiß ungefähr, wo ich lang muss. Ich weiß, ich muss hier nach oben. So, hier lang. Okay. Baum, 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 Baum. Fahr doch, du, Alter. Dieses Drecksfahrzeug. Komm, fuck you. Einfach hin in die Lava. Selbst den Freitod wählen. Und dann ist alles schön. Ein Drecksfahrzeug, ey, fährt das einfach nicht rückwärts. Also, Fahrzeugsteuerung ist nicht die Stärke von Farquay, auch nicht von den späteren, finde ich. Das ist okay, also besser als im ersten Teil. Aber es ist noch nicht wirklich super. Aber naja. Gut, alles kann man ja auch nicht machen, ne? So, das Problem ist hier schon wieder Lava. Ich muss hier nicht reinfallen. Nein, 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 nein. Okay, ich komme nicht weiter. Ich schaue bei ein kleines Problem. Mayday, Mayday, Mayday. Äh, wie genau komme ich jetzt weiter? Mal eben aussteigen. Ah. Oh, oh. Fahrzeug nicht wegfahren, bist du doof? Okay. Hallo. Drecksfahrzeug. Kannst du mal vielleicht weiterfahren? Ich bin jetzt gerade mir nicht sicher. Ich habe gerade noch irgendwas gesehen, wo ich lang wollte. Wo war denn das? Ach, heil. Fahr doch mal los, ey. Drecksding. Ohne Spaß, ne? Irgendwo wollte ich jetzt lang. Ich weiß aber leider nicht mehr genau, wo. Hier rüber vielleicht. Das Downfall. Kann mir das sein, dass ich hier rüber wollte. Ach, komm schon, ey. Vielleicht sollte ich da dann wirklich rüber laufen. Aber das ist mir alles zu blöd. Das muss auch gehen. Fahrzeug. Das muss auch mit dem Fahrzeug gehen. Ich werde es wahrscheinlich aber noch ein paar Mal probieren müssen, weil... Aber es hat auch einfach Glück, ob du dann durchkommst, ob du dich treffen, ob du dir den Jeep zerstören oder nicht oder doch oder wie oder was oder wo. Kann man halt nicht immer ganz so beeinflussen, die ganze Sache. Oder ob ich dann einfach in die Lava springe, weil ich mir denke, ach Mensch, so kalt. Ein schön heißes Baden. Kann ja auch passieren. So. Oder ich bleib hier einfach hin. Dies und noch viel mehr... Passiert hier. In diesem wundersamen Land. So, der Jeep ist gleich kaputt. Das ist scheiße. Weil ohne Jeep habe ich schlechte Karten, hier weiterzukommen. Scheiße, was... Wie war das jetzt weiter? Fuck. Ja, bleib stehen, alles klar. Mann! Fuck, 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 fuck you einfach nur. Gibt's hier... Gibt's hier... Es gibt bestimmt... Es muss noch einen sicheren Weg da rüber gehen. Es kann nicht sein, dass... Ich muss über den Stein rüberfahren und hoffen, dass der Wagen da rüberkommt. Halt ich für ein Gerücht da. So, okay. Boah, verreckt doch einfach. Das ist voll dumm. Der hält viel mehr aus, wenn ich mit der Pump dann gegen ihn schieße. Der wäre schon links hoch, ne? Komm schon, fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Piss dich. Oh, scheiße. Der Wagen ist kaputt. Ich bin eh gleich tot. Das kann ich definitiv sagen. Ich bin eh gleich down, ja. So viel steht fest. So, okay. Irgendein Arsch... Wichser schießt auf mich. Hört auch auf mich zu schießen, Mann. Ah, schön. So, die weg. Scharfschützengewehr nehmen. Und los geht's. Wer ist da? Hallo? Nimm das. So, ich kann leider nicht sehr viele ausschalten, weil ich nur fünf Schuss habe. Aber immerhin zwei, drei Leute. Und das würde ich dann auch gerne tun. Alter, das war ein Headshot. Das auch. Als die Waffe leer. So, aber das ist ja wohl kein Problem. Ich habe ja noch die hier. Und ich kann natürlich noch zurückgehen und mir die andere holen. Was ich jetzt auch ganz ehrlich tue, weil die Waffe ist scheiße. Hm, 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 hm. Ne, Moment, hä? Ach so, das ist ja da oben. Lalalalalala, lalalala, lalalala, lalalala. So, dann nehme ich mir lieber die mit. So, dann nehme ich mich ein bisschen schön rumballern. So, ich hoffe, der ist da runtergefallen. Das geschieht ihn nämlich recht. Ah. Das ist tot. Das sehe ich leider nichts mehr. Schade. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Sehr schade. So. This one is down too. Aber ich finde, es ist ein bisschen schwer mit der zu schießen. Weil du kannst halt wirklich kein Dauerfeuer geben mit der Waffe. Wenn du das machst, dann bringt dir das mal absolut ja nichts. So, hier sind aber immer noch relativ viele eigentlich, ne? Blöderweise weiß ich leider nicht so genau, wo. Wie komme ich hier am besten runter? Einfach runterrutschen? Oh, scheiße. Hm. Ach. Scheiße. Okay, runterrutschen war nicht unbedingt die Wahl Nummer eins. Aber naja, gut. Pech gehabt. Ich sehe ein kleines Lager. Nehmen wir uns natürlich schön alles mit. So, die Frage ist, sind das jetzt Leute, die gegen die da oben kämpfen und mich jetzt dann dementsprechend auch in Ruhe lassen oder nicht? Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob hier noch mehr sind vielleicht. Ich weiß, dass hier irgendwo noch einer ist. Der wird mich bald sehen. Auch wenn ich absolut keinen Plan habe, wo der sein soll. Der muss hier sein. Direkt neben mir. Da war er. Interessant. Alles klar. Klopf, klopf, sag ich mal. Der ist schon wieder rangezoomt. Ash, flirp aus. Ich glaube, ich glaube, ich habe das aus Versehen nochmal ausgemacht. Hm. Das könnte sein. Aber nichtsdestotrotz werde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschauen. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich das Ende vielleicht erleben, wenn ich mich nicht ganz bescheuert anstelle oder ich dir einfach mega lang mache, die Folge. Und bis dahin, haut rein.